...Ziel, Besson, Niemö... ...Dreeswalker macht zu eng vor dem eigenen Tor und jetzt die Kontermöglichkeit... ...Joy-Lewis... ...Dunkfest... ...abgefangen von Trischka... ...und auf der anderen Seite liegt ein Kampfeuerer Spieler vor dem Tor... ...wird nicht abgepfiffen, ne... ...jetzt pfeift der Schiedsrichter... ...war überfällig dieser Pfiff... ...und... ...da sind wir gespannt auf die Wiederholung... ...Jere Laksonen liegt da vor dem Tor... ...Jordan Naxted war da spätig bei ihm... ...Jordan Naxted mit dem Schläger zwischen die Füße in die Weichteile... ...ja, das geht halt absolut gar nichts... ...bei aller Liebe, jetzt sieht man es nochmal deutlich... ...ja, klare Strafzeit... ...ja, klare Strafzeit...